Wenn man für so eine schöne Tagetes- oder Studentenblumenrabatte nicht pro Pflanze 2 Euro oder mehr ausgeben möchte, zieht man sie sich selbst. Und das geht ganz einfach. Tagetes sehen nicht nur gut aus, sondern schützen das Gemüse und die anderen Blumen auch vor Schädlingen. Im letzten Jahr habe ich mir die Samen von Tagetes gesammelt. Da muss man aber auch wirklich sehen, dass man die richtig abgeblühten Kapseln sich nimmt. Und dann ist es überhaupt gar kein Problem, sich die selber zu ziehen. Dabei ist es wichtig, wie gesagt, sich die richtig gut verblüten zu nehmen. Die sind hier richtig schön vertrocknet. Und dann können wir das hier abmachen. Und hier drinnen, diese kleinen Stiele, diese kleinen Stifte, das sind die Samen. Und die bringt man hier einfach aus. Und pro Stift entsteht mehr oder weniger ein Blümchen. Nehme ich hier die noch. Einfach hier ausbringen. kurz andrücken, bisschen verteilen, dann mit Erde bedecken, angießen und ein bisschen abwarten. Und die kriegt ja wirklich, jeder kann sich die ja besorgen. Einfach gucken im Park oder so, wo richtig abgeblühte, vertrocknete Blüten dranhängen. Einfach eine mitnehmen und sobald kein Bodenfrost mehr ist, aussäen. Und dann hat man die Blumen, die man sonst für 2,50 Euro oder so im Blumenladen sich kauft oder in einer Gärtnerei. Sobald die letzten Fröste überstanden sind, kann man die Samenstifte auch direkt ins Beet ausbringen und später verziehen. Da man nie genau weiß, wie viele der Samen aufgehen, kann man nicht genug Frischlinge heranziehen. Nicht vergessen, die Pflanzenschildchen in die Erde zu stecken, damit man später nicht denkt, hier wächst Unkraut. Jetzt wird gewartet, bis die Neulinge 5 bis 6 Zentimeter hoch sind und dann werden sie im Garten verteilt.